Okay, willkommen zurück bei 21.70 Uhr, exakt um 9 Uhr, am 5.9. Wir sind immer noch dabei, unsere Stadt hier auszubauen. Sand ist voll. Glas ist voll, oh, ha. Okay. Glas, wo kann man denn mal Glas verbauen? In Offshore-Windrädern. Brauchen wir im Moment welche? Nö, an sich nicht. Aber schlecht sind wir hier nun auch nicht. Na, ne, nochmal. Ähm, können wir doch zum Beispiel hier mal eine Hafenbehörde ran machen, die beiden Windräder zerspüren und dann mal alles mit den Dingern vollbauen. Na komm. So, so. So, so. So. Und so, passt doch. So, schon wieder ganz viel mehr Energie. Ach, hier ist ja noch eine Hafenbehörde, dann kann ich da ja auch ein paar hinbauen hier. Klasse. Hm, hier. Ham. 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 In der Hoffnung, dass wir nicht mitten im Weg stehen. Dann haben wir jetzt mal keine Energieprobleme. So, wir haben die hier. Die, ähm, jetzt noch Getränke, Bio-Drinks. Und Pasta. Wenn ich und Natur im Einklang, was kann es Besseres geben? Das darfst du mich nicht fragen. Ich werde hier noch ein paar Häuser hinbauen. Nee, jetzt noch nicht. Dann doch eher so, 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 so. Und so, 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 so. Hm. Und dann mache ich hier die Green Alley hin. Zack. Dann haben wir hier eine schöne Parkbänke und so. Und dann ist es bei mir gerade etwas laut. Ich mache mal ein bisschen leiser. Oh, passt. Ähm, pff. Tja. Mann, na, schaust du hier. Lifestyle-Produkte, da hatte ich ja gesagt, habe ich mehr als genug. Mh, mh. Wie sieht es denn mit T aus? Äh, T. 172 Tonnen ist okay. Ich habe nur gedacht, irgendwie sieht das hier so ein bisschen wenig aus. Im Gegensatz zu dem, was wir da bei, ähm, bei der, ähm, wie heißt es hier, bei der Kampagne hatten. Aber vielleicht hatten wir bei der Kampagne auch ein bisschen sehr viel. Will ich auch nicht ausschließen. Haben wir hier irgendwo noch, hier haben wir, so, wenn man schon dabei ist, verbringt das maximal. Na, 40 mal hin. So, die Techs, wir wollten ja hier oben die Tech in Wild bauen. Haben hier Carbon-Produktion, das ist ganz gut. Und uns sehen Werkzeuge und Bauzellen. Ich möchte, naja. Ich möchte ganz gern hier auf jeden Fall mal unseren, Waren, unsere Waren, Mist, Lager ausbauen. So, und ich würde ganz gern mehr Werkzeug produzieren, wenn das irgendwie möglich ist. Oh, das ist sogar möglich. Munition brauchen wir ja derzeit nicht und irgendwie haben wir hier eine Menge Stahl. Da sagen wir doch mal Werkzeugproduktion hier noch so ein Ding, sobald genug Werkzeug vorhanden ist. Genau. Und hey, warum nicht gleich noch eins? Wollt mich nur, dass sie so viel Stahl haben. Es sind doch nur zwei Stahlfabriken. Weil man da auch schon bald eine dritte bauen kann. Wie viele Minenbauplätze haben wir denn noch? Eine. Hier. Kupfer. Ich glaube, ich mache da nochmal Eisen ran. Dann sage ich, ich produziere... Äh... Hier ist der Konto. Moment, ich muss mich kurz orientieren. Hier hin. Passt das noch irgendwo hin? Nee, da nicht so gut. Und... Wollen wir doch mal da hin. So. 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 Und so. Und jetzt sollte es uns an Stahl definitiv nicht mehr mangeln. 19 Kohle. 3 Eisen. Ja, okay. Das passt eigentlich ganz gut. Dann können wir mal sagen, hier... Dann werden wir hier ganze Stahl los. Mal so ein bisschen... Oder nein, das ist hier Eisen. Kein Stahl. Mehr doch wurscht. Hm. Wie viel Munition haben wir auch? Ja, gut. Weißt du was? Ich finde mal so ein bisschen... Dann hier einen weg. Da einen drauf. Ey, ich sagte da einen drauf. Keine Bauzellen. Gott. Cargo Liner. Ach, nee. Dann muss man sich... Overkraft. Passt schon alles. Allerdings könnte ich in der Tat mehr Bauzellen gebrauchen. Allerdings wird das hier wohl ein bisschen eng. Zumal ich... Wobei, hier kann ich noch ein bisschen... Nee. Wir haben ja Platz genug. Und dann mache ich hier einfach noch ein paar hin. Und dann machen wir hier unten die Dinger hin. Redig. So, 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 so. Und dann machen wir hier. Warnung. Produktion gestoppt. Dann kommen die Dinger hin. Registriere neues Fahrzeug. Fahrzeug fertiggestellt. So. 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 Und so. So. Und so. Und so. So. Na 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 na. Ja, siehst du. Passt doch perfekt hier rein. Okay. Hätten wir das doch schon mal geschafft. Werkzeugproduktion ist auch ein bisschen erhöht. Eigentlich müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis die ganzen Werkzeuge... ... oder bis alles produziert ist. Werkzeug gerade bekommen. Fahrzeug fertiggestellt. Ist okay. Finde ich gut. Ähm. In der Tat möchte ich unser Lager, wie gesagt, ausbauen. Können wir denn noch... Ich kann den hier noch aufwerten. Äh. Wie sieht es denn hier allgemein aus? Shift U. Nee, sind nur noch kleine. Shift U. Shift U. Geht nicht. Ah, keine... Kein Zeug. Ja, wie gesagt, wir müssen mal kurz warten, bis wir mehr Rohstoffe haben. Jetzt los. Krukel. Tschui. Ah, ist im Bau. Kann ich immer sagen, so. La la la. Ah. Registriere Friedensschluss zwischen Nachbarn. Ja. Fahrzeug fertiggestellt. Aber wenn man sich mal anseht, was die hier schon alles an... Och, du Schanette, der Kolossus, okay. Na klar, Tycoons, aber... Die haben halt deutlich stärkere Schiffe. Zwar weniger spezialisiert, aber stärker. Also an der Trendcode hier noch. Sag auch. Moin. Schwere Waffen für schwere Zeiten. Oh, alles reichlich teuer, wie immer. Ja, mal zum Passat. Gute, was ist das hier? Kupfersonde. Oh. Oh, wie viel Koffer haben wir hier? Ne, ist das nicht so viel. Oh, Kupfer bauen wir, glaube ich, auch hier ab. Ne, ja. Da haben wir noch mehr als genug. Hm, ja, 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 ja. Ne, sowieso unsere riesen Produktionshinsel. Hm. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, gut. Dann gibt's Sand auf jeden Fall hier mehr als genug. Ja, fünf Kupferminen, alle sind mit Kupfer beschäftigt hier, okay. Ähm. Ich muss gerade mal wieder reinkommen, wie gesagt. Ich wollte eigentlich auch noch Donnerstag aufgenommen haben, nach der Schule. Da hab ich mir, hey, nimmst noch mal eine Stunde auf. Und dann passt das alles ganz wunderbar. Und, äh, ja. Dann waren die Anmeldeserver heruntergefahren. Bzw. sie hatten irgendeine Störung. Und, äh, ja, das ging dann nicht so gut. Und, äh, ja, das, ähm, ja. Ging dann halt eben nicht so gut. Ja, wenn ich nicht. So. Bauen wir mal wieder ein bisschen Hafen. Den Hafen aus. Ja, 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 ist geblockt. Ich kann hier wieder so eine Defensivanlage hin. Hm, das passt nicht ganz hier. Hm, so kommen sie hier noch durch. Ne, das passt hier nicht. Und dann brauche ich hier mehr so ein paar Defensivanlagen. So, sollte reichen erst mal. Und nur für den Fall der Fälle. Alarm, Feuerausbruch. Feuer. Nicht genug Bautomaterie. Die Organisation kann sich gegenüber ihren Kontrahenten keine Schwäche erlauben. Äh. Ich muss mal kurz schauen. Der Rufus. Was denn? Ich habe sofort Zeit. Auch mal wieder her. Ne, kann ich nicht machen. Wenn man's nicht. Feuer eingedämmt. Dankeschön. Dann ist er schon wieder weg. Nur der Sicherheit halber. Ich weiß zwar nicht, welche Sicherheit, weil angegriffen hat uns bisher noch keiner. Hat uns auch noch keiner den Krieg erklärt. Bei all meinen Aufgaben habe ich hierfür nicht auch noch Zeit. Ja, schön. Meine Schiffe müssen gleich kommen. Fertig. Ganz andere Schiffe sind jetzt weiter geflüchtet. Das ist Spirit-Gelände. Ihr Militär hat hier nichts zu suchen. Entschuldigung. Interessant. Die treffen nicht, aber schießen irgendwie dahin. Da treffen wir und da wird, äh, naja. Da. Da-da-dam-dam-dam. Äh, zu dem da. Werden wir das Hubot werft. Ach du Schande. Naja. So weit sind wir noch nicht. Aber in der Tat könnte ich mal mit SAAT weitermachen. Ah, das ist raffineriert. Warte mal, dann möchte ich mal handeln. Und zwar verkaufen. Raffiniert. Raffineriertes Öl. Und, oh, äh, nee, Carbon. Na, kann. Ey. 14.000. Hui. Halt. War ja auch keine große Kunst. Wie auf dem Präsentierteller. Ja, bitte. Ich muss doch da mit den Einheiten hin. Achtung. Produktionsstillstand. Kannst du mir jetzt auch alle übel nehmen? Wie sieht es denn überhaupt aus? Bartok. Was führt sie her? Forschungsgelder. Spanthiansstab. Bartoservice. Eisnachlass. Nö, 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 nö. Ein guter Tag wird das nicht. Gehen wir dich mal, irgendwann.